sehr geehrte damen und herren ich heiße sie kommt zurück am stück bei assassinfried odyssey schließt die genauigkeit ab diese stärke abschließt dünner tier ab war er nicht in der nähe ja da ist er doch okay okay mit dem reden schwächliche herausfordern du willst deine mickrige gestalt in meiner vorprüfung der stärke zerschmettern lassen ja meine mickrige gestalt ist vielleicht schwerer zu zerschmettern als du denkst wie tapfer so zu tun als hättest du eine chance gegen einen so starken und hübschen krieger wie mich wir können um das abzeichen kämpfen ja aber vielleicht möchtest du und zerschmettert bleiben und mein abzeichen kaufen ja nein wir kämpfen bist du sicher dass du nicht lieber deine glänzenden drachmen ausgeben wir kämpfen dann lass das zerschmettern beginnen mit deinen knochen pick ich mir den rest von dir aus den stänen ach so kommst du mein abzeichen der stärke gehört dir einen wundervollen tag noch und schlag mich bitte nicht noch mal ich brauche alle prüfungs abzeichen ich weiß der heult bruders ist bei dir falsch er kommt immer noch runter ich bin gespannt was danach kommt ausdauer des könnte interessant werden ich warne dich du solltest besser bezahlen um diese prüfung zu bestehen die vorprüfung der ausdauer fordert mehr todesopfer als all die anderen prüfungen zusammen waren die anderen vor dem sprung getrunken ehrlich gesagt ja sehr unprofessionell von ihm solltest du den helden sprung überleben musst du das prüfungs abzeichen aus einer truhe in den finsteren tiefen des gewässers unter uns holen ach so ok dein abzeichen gehört mir nein bitte ich warne dich bezahle für mein abzeichen die gefahren denen du dich sonst unter wasser stellen müsstest sind einfach zu groß du kriegst keine drachen von mir ich mache die prüfung wenn du unbedingt einen qualvollen tod unter wasser erleiden willst wer bin ich dass ich dich aufhalte denk dran du findest das abzeichen in einer truhe am grund des sees für den extrem unwahrscheinlichen fall dass du übergeben solltest werde ich am ufer auf dich warten was genau hat schwimmen damit zu tun meine fähigkeiten für den kampf gegen den minotauros zu prüfen die wege des minotauros sind unergründlich für ein abzeichen dann muss ich mich wohl nass machen ach weil der heißen auch so danach habe ich gesucht ich hab's ach so ich muss weiter ok das war jetzt mein für das habe ich zu viel zeit vertrödelt da ist es als eigentlich in der ausdauer gott das war ein bisschen beeilen ich habe ein bisschen gedrödelt ab und jetzt auch was geht uns gleich die puste aus 30 prozent gesamtrüstung am ufer hat es ja gesagt wartet sie auf uns wo ist denn die alte mit dem heim muss man unbedingt kämpfen ach da ist er ja hey schwester bin schon wieder da verlier dein abzeichen nicht heldin und falls du es doch tust mache ich dir ein fantastisches angebot für einen ersatz die denken halt einfach damit dass man das dass man das schafft echt der brüller wo ist denn das mit minotauros der genauigkeit hier ah der ist da oben sehr schön ja der zieht sich das sonderliche freude angehört dass wir das geschafft haben aber ist auch nicht so sonderlich schwer man braucht für jeden fall aber ein upgrade was die tauchlänge betrifft das kann man ja glaube ich machen sogar ich weiß noch nicht mehr wo oder ging das doch nicht nee das war's nicht eine waffen brechen da habe ich das falsche spiel im kopf egal der 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 müssen ja eh noch so viel erkunden ähm warum musste ich ausgerechnet jungs kriegen jungs kommt nach hause mikon was haben sie jetzt schon wieder ausgefressen ihre mutter wird mich dem verdammten minotaurus vorwerfen das muss die vorprüfung der präzision sein ja das ist die vorprüfung der wo genau sind meine verfluchten söhne deine söhne das klingt nicht nach einer prüfung hast du schon mal söhne erzogen das ist die schwerste prüfung von allen nur wenn du die weltberühmte äußerst legitime vorprüfung der wo genau sind meine söhne abschließt kannst du fortfahren und schließlich auf den minotaurus treffen also wenn ich deine söhne finde und sicher zurückbringe kriege ich dein prüfungsabzeichen du bekommst mein abzeichen und meine ewige dankbarkeit in was für ein schlamassel deine söhne auch gestolpert sind ich finde sie und hole sie da raus meist verstecken sie sich in den feldern hinter mir ich rate dir bereite dich geistig und moralisch darauf vor denn das ist deine bisher schwerste prüfung tapfere kriegerin jetzt sind wir gespannt kurz informationen wenn ich deine söhne finden soll muss ich mehr über sie wissen drei kleine rotznasen wunderbar bild hübsch aber trotzdem rotznasen sie hören nicht auf mich aber vielleicht schlecht erzogen definitiv du sagst dass deine söhne könnten auf dem feld sein aber ich brauche schon etwas mehr sie toben überall gebäude türme im korn im korn es ist genauso hoch wie meine söhne und damit das perfekte versteck für sie und sie hören nie wenn ich sie rufe auf mich hören sie ich schlag sie nicht zusammen dass du unterschied mein freund keine angst ich bringe deine söhne sicher nach hause du musst sie alle drei finden und beeile dich meine frau wird nicht lange glauben dass die burschen am tempel sind um zu beten ok ok perfekte achso schweaty da ist er da ist er was ist denn hier noch sonst so neuer anführende ok gut was gibt es hier noch schätzelein menschlich schieß anderer schatz ok sooo du doofbacke geh heim zu deinem vater und tu was er sagt sonst sag ich die minotauros wo du wohnst aber ich hasse dich söchnerin hier fang die fackel du balk drecksvieg 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 scheißkinder alter helfe bitte helfe mir ja kapiert die wildschweine die wildschweine hey du wildsau komm her sooo andere wildsau noch ufa ha ha blöde sau ah sind wir jetzt wieder lieb du bist sicher geh heim und höre auf deinen vater wenn er dich ruft ja söldnerin tut mir leid geht doch hafespalk söhne den anderen sohn wir haben schon zwei was ist denn hier los was ist denn hier los bei dir affe das war ziemlich teuer deswegen würde ich mein pater wahrscheinlich umbringen pass bloß auf bestimmt geh heim jetzt das war der letzte racker los du affe da kommt martha endlich heim sie lässt mich nicht mehr in den vasen spielen hier friss balk jetzt sind eure feldern ups uuuu äh hi ist meine wildsau ne all die fresse karen zum links zurück ach da oben ist er ja ach es ist immer schon ein bug dass da alles angezeigt wird und die kistler weg meine söhne du hast sie zurückgebracht ja du hattest recht es sind kleine scheiße unglaublich dass sie auf dich gehört haben betrachte die vorprüfung der wo genau sind meine söhne als abgeschlossen von all meinen siegen wird man sich an diesen am längsten erinnern äh genau ich habe alle abzeichen ich treffe jetzt besser leandros am kriegergrab kann man jetzt wieder irgendwie enttriggern holen wir den hörnern äh da lang hier gedacht müssen wir jetzt halt irgendwas schießen und gut ist mit den söhnen eine präzision ja gut von mir aus ach so da war eine treppe ok nimm halt die treppe äh wir speichern mal kurz äh wenn er jetzt wirklich ein fucking minotaurus ist also ein real minotaurus wirklich groß dann kack ich mich ein bisschen ein also äh ich hoffe ihr seid alle mit einverstanden weil das ja ich würde gerne mal da mal reinschießen die ganze herde instant alles tot ja wir haben drei schüsse ist jetzt nicht sonderlich viel ich würde gibt es auch noch malen weg darunter kassandra ah ok von da drüben ok ist da ein liebes hundi scheint so bist du liebes pferd scheint so bist du liebe frau scheint so bist du liebes mensch scheint so ah danke für mich ah mr hundi danke schön hi mämthe haben sie natürlich mitbekommen wenn dann nicht mehr so leicht aggressiv ah die kommen vom minotaurus so so meine kinder so so bin ich mal gespannt wie viel geld der minotaurus auf die seite geschöpft hat das heißt wie viel geld die auf die seite gelegt haben eher weil der hat ja schon ein paar umgelegt heißt wenn man die erste den umlegt dann ja das muss der mann sein der in dem brief über die arena kämpfe erwähnt wurde mehr ok nach dem anderen speicher gut gut aber der andere tipp da vorne level 49 könnte strange werden sie wollen blut sehen betritt die arena sau hier uff erst mal das mit minotaurus und dann schauen wir weiter aber der 49 höre sind nur drei level geht eigentlich hi ich habe alle abzeichen zusammen keine spiele mehr oder tricks um an meine drachmen zu kommen es wird zeit für den minotaurus kein problem wirklich kein problem doch zuerst möchtest du nicht deine fein gearbeitetes prüfungs andenken zurückkaufen dieses angebote gilt bis bei den göttern vielleicht als geschenk für die lieben hm hm nö keine weitere drachmen oh aber heldin sicher hättest du doch gern etwas um dich an die vorprüfungen von peffki zu erinnern Oh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Nun musst du dich der Hauptattraktion stellen, dem Minotaurus. Bist du bereit für deinen Untergang? Wenn ich mir die Vorprüfungen so ansehe, dann ja, ich bin bereit. Hervorragend! Toll! Ich will, dass ihr den Minotaurus besiegt. Du findest die Bestie tiefe in der Höhle der Mutigen, auf der dickene Hochebene. Zwei weitere Krieger haben gerade die Vorprüfungen bestanden. Sprich mit ihnen, um mehr zu erfahren. Sie gehen mit dir, wenn du bereit bist, einen grausamen Tod zu sterben. Du bist einen weiten Weg gegangen. Komm mit uns. Nein, 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 nein. Ich habe Wichtiges zu erledigen. Keramikunterricht und so weiter. Aha, okay. Wenn er meint. Flachzange. Den Bullen bei den Haaren packen. Ja, komm, Bros. Ach, ihr zwei Pappmaschinasen. Sprich mit den Kriegern, das sind Aufenthaltsorts. Und ihr werdet dann wohl die Krieger sein? Sieh mal, Bruder. Das letzte Mitglied unserer Minotaurus-Jagdgesellschaft ist da. Wenn die Bestie unsere geballte Macht sieht, wird sie vor Angst aufmuhnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm, 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 hm. Was kann da schon schief gehen? Sollen wir dann reiten? Erlegen wir den Minotaurus. Laut Leandrus lebt er in der Höhle der Mutigen auf der Dichte Hochebene. Lasset die Minoturniere beginnen! Wenn der Minotaurus Menschen ist und neben den Bewohnern von Peskihausen ist, warum leben sie dann noch? Vielleicht gefällt ihm ja ihre Ernährungsweise nicht. Guter Gedanke, Bruder. Tauchen wir unsere Klinge mit Öl und Zwiebeln, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Kommt jetzt nochmal vorwärts, folge den Kriegern. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Minotaurus ist, sondern immer so ein blödes Gelaber. Rühn der Todesschlucht. Nö, wir können eigentlich so halbwegs entspannt. Eigentlich schon. Ist der Minotaurus kein Mythos? Nein, er ist der uneheliche Sohn von König Minos Frau. Halb Stier, halb Mensch. Klingt nach einem Mythos. Ja. Ich hörte, Tios, als habe den Minotaurus erschlagen. Ist er hingeflogen? Beim Absteigen? Wie könnte er dann hier sein? Ihr wartet kein Ruhm. Nur der Tod. Nein, nein, nein. Ich wollte doch Bäcker werden. Bruder, warte. Das Tüten von Monstern ist krumreicher als das Backen von Brot. Die haben beide Schiss. Ich glaub's nicht. Ich sollte doch meinen Bruder sehen. Das Backgewerbe ist nicht ungefährlich, weißt du? Kriege. Ach, Hefki. Heimat der Helden. Ähm, ja. Uh, der war aber knapp. Ich wollte nicht das Ding da haben. Das glänzt so sehr. Au! Meine Fresse! Diese leichenweisen Pfeilwunden auf und Schnitte von Waffen, die zu klein für einen Minotaurus wären. Wo kam die jetzt her? Was auch da unten wartet, muss ein Monster sein. Ja. Achso, durchsuchen. Okay. Okay. Diese Leichen wurden von keinem Minotaurus gerissen. Sie wurden... Platziert. So ist so. Hat der Minotaurus gerade gehustet? Äh. Ich bin... der Minotaurus. Was? Lasch dein Hab und Gut fallen. Und flieh in Furcht. Lass deine Drachen hier und du wirst zerschont. Sonst stirbst du unter meinen Hufen. Ich steche auf euch ein, bis mir jemand sagt, was hier eigentlich gespielt wird. Was hältst du das so Pfadenflaume? Was für ein Glück? Uff! Boah, der hat aber gefällt's Bruder. Das war aber in time. Jetzt wollen wir kurz den Fackel raus, wenn wir ein bisschen Licht haben, dann gucken wir mal, was es hier gibt. Oh, da hört's aber noch schön viel Geld an. Ich bin auch recht pissig. Ich sag dir doch, nichts ist, wie es scheint in Pevki. Ich würde mich freuen, alle Ausgaben, die während... Bitte, es geht um meine Tochter Amara. Maskierte Männer halten sie tief in den Schluchten der Diktorhochebene gefangen. Maskierte Männer? Was für Masken? Ähm... Weiß wie Marmor und Blut läuft aus ihren Augen. Unheimlich. Der Kult. Sie kontrollieren alles in Pevki. Und locken Helden mit dem Versprechen auf Ruhm für das Erlegen des Minotaurus her. Nur, um sie dann hier im Dunkeln in einen Hinterhalt zu locken. Wenn ich nicht tue, was sie sagen, stirbt Amara. Wenn ich die Maske abnehme, oder es meiner Frau sage, oder um Hilfe bitte, stirbt sie. Mhm. Erzähl mir von deiner Tochter. Amara. Der Klang ihres Lachens ist wie ein Sonnenstrahl auf meiner Haut. Sie ist reinste Freude. Eines Nachts entrissen mir die Maskierten dieser Freude. Sie brauchten meine silberne Zunge, um reiche Krieger zu den Prüfungen zu locken. Durch Amara hatten sie die Macht, mich zu kontrollieren. Okay. Du sagtest der Kult. Die maskierten Männer brachten deine Tochter in die Schluchten der dicte Hochebene. Es gibt dort sehr viele Schluchten. Doch nur in einer ist Amara. Der Ort heißt Sakros. Es ist eine alte Ruine und das Lager der Maskierten. Ich gehe jede Nacht dorthin, in der Hoffnung, einen Blick auf Amara zu erhaschen. Doch es gelang mir nie. Ich fürchte, sie wird unter der Erde gefangen gehalten. Ohne Tageslicht. Gut. Äh. Ich weiß nicht halt, wo er gespeichert hat. Du kannst immer noch tapfer sein. Nein. Sie ist deine Tochter. Du musst sie retten. Aber sie werden mich töten. Denkst du, sie will ihren Vater sterben sehen? Sie würde wollen, dass ihr Vater sie beschützt. Feigling. Es stimmt. Ich bin ein Feigling. Ein Mann, der nicht mehr sein kann, als er ist. Mir ist das genug. Aber es reicht nicht, um Amara zu retten. Dafür brauche ich dich. Gut für mich aus. Wir retten deine Tochter. Gemeinsam. Ich danke dir. Ich danke dir. Triff mich bei den Ruinen von Sakros auf der dicte Hochebene. Dort ist meine Tochter. Und dort muss ich hin. Diese maskierten Männer sind gut organisiert und furchtlos. Ihre größte Waffe ist keine Klinge, sondern unsere Gier. Jeder Händler, Mann und Sklave verdient bei diesem Spiel genug Drachmen. Selbst nie, das würde erblassen. Der Bulle war einmal. Und wir verschließen die Augen vor dem Preis. Warum reicht dieses Gewand? Ich habe eine ganze Flasche Öl benutzt. Hm. Wer hat Sorgen. Du bist ein Depp? Minotaurus. Du bist der Minotaurus. Nein, nein, nein. Der letzte war besser. Ich komme, Amara. Hab keine Angst. Und hab auch du keine Angst, Leandros. Sie braucht dich. Ich würde das lieber alleine machen und ihn hier lassen. So mein Gedanke. Da kommt natürlich mal uns hinterher. Wir spazieren mal. Ich glaube, wir sind... Ne, lass das... Das ist doof. Gibt es da keine Mitteltaste, wenn man alt drückt oder so? Shift geht ja auch nicht. Ups. Sorry, ist er mir angerampelt. Oh, Eisen. Ja, Hauptbruder. Lauf mal. Ah, da oben. Okay. Seid nach hin. Hier drüben. Ich bin es. Leandros. Ja, ne, echt? Ich dachte schon, ich müsste allein kämpfen. Ich stehe an deiner Seite, Leandros. Was heute auch passiert. Amara wird stolz auf ihren Vater sein. Ich sehe, du bist noch ein Minotaurus. Mit dieser Maske stellte ich mich den tödlichsten Kriegern der Welt. Gut, ich sollte sie nur mit meinem Brüllen und den Drohgebärden ablenken, damit man sie von hinten überfallen und abstechen konnte. Aber sie erfüllt mich mit dem nötigen Mut. Na gut. Mit dir legt sich keiner an. Es ist mir eine Ehre an der Seite des Minotauros zu kämpfen. Ja. Ja. Muuu. Lass das bitte. Sie müssen sie unterirdisch gefangen halten. Mit Hufen und Heldenmut werden wir sie retten. Sarkos wird streng bewacht. Wie sollen wir vorgehen? Wir sollten heimlich vorgehen. Wir stürmen sie. Heimlich. Leise. Ich schläuche rein. Bleib hier bis es sicher ist. Ich kann auch leise sein. Du hast Hörner. Geh. Ich lenke die Wachen für dich ab. Wo ist euer Irrgefühl, die im Alak ist? Begibst du mir nur schon eine Höhe von Sarkos. Jaja. Lass mal schauen, ob wir die Alarmanlage haben. So, kurz mal aufliegen. Alarmanlage sieht aber gut aus, dass da nix am Start ist. Wo ist denn hier noch was? Aha. Da müssen wir hin. Da ist noch ein Schatz. Da sind noch ein paar Leute. Hier ist nix. Da ist nix. Leandros. Ja, das soll ja aufpassen, der Vogel. Ich will die umlegen. Hier drüben. Shit. Das sind zwei. Der läuft weg. Gut. Wir legen die ihn grad um. Der hält bisschen viel aus. Hi. Stirb. Die meinen auf jeden Fall nicht uns. Ah. Wir müssen gleich Schuss suchen. Ah. Wir müssen gleich Schuss suchen. Ah. Wir müssen gleich Schuss suchen. Ah. Das sind die Geräte. Als sie in den Räumen holen wurden. Das sind eine Schuss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie es ist. amupassen.